Warte bevor du weiter aufnimmst Warum? Ja ist grad ein Stück Schokolade Gut ähm Ja Warte ich Warte du kennst kurz? Ähm Mhm Ich furze eben an Ah schreiß Sieht aber voll so aus Yeah Die an meinem Finger Ja gut können weitermachen Gut also Es geht weiter in unserer epischen Quest Wir gehen jetzt Welche müssen wir machen? Die zweite war das ne? Nach Fumorisches Zeichen Äh also Goldleder ne? Goldes Gnollleder zweimal wenn wir Das jeweils nicht jeder zweimal kriegen Mhm Gewinne ohne Ausrüstung zu reparieren Oder gewinne innerhalb von 15 Minuten 15 Minuten gibt mehr Punkte machen wir das Ja das ist ja egal wir müssen es ja je zweimal machen wahrscheinlich Ja willst du hart? Mh 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 Das sind normal Ich weiß nicht ja schon wieder Schokolade Ja egal macht's einfach Mh 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 Alle an Bord Mh 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 Schokolade, die unsere Zuschauer am meisten essen, ne? Mhm, genau. Also, das wäre mal so eine Anregung. Bitte in die Comments schreiben, was eure Lieblingschokolade ist. Ah, du willst doch nur mehr Comrade haben. Ja. Klar doch. Ja, und ich habe jetzt einen Mist gehabt und werfe damit auf Schokolade und voll durch den Kopf. Genau, okay. Also komm, mach halt hier rein. Das Schiff ist eh tausendmal zu groß für uns. Ich meine, wir sind zwei Personen. Ne, gleich so ein Frachter. Pass mal auf mein Motto auf, ey. Du, voll der Nachmacher. Ne, ich hatte das schon vorher. Ja? Ja. I hate pumpkins. Indeed. Oh, schade, kein Intro. Ja, klau mal die Falsche. Ich habe eine neue Waffe. Ich habe eine Vasen. Man kann übrigens Sachen aufnehmen, wie ihr schon gesehen habt, und auch von Gegnern die Waffen nachher klauen. Und treten. Und treten. Und treten, ganz wichtig. Und Titel kriegen. Und sowas kann man auch. Und wie weit er geflogen ist, ey. Da hätte ich jetzt mal sehen müssen. ich glaube in die wand rein du kannst ja gegner nämlich das ganze auch erwartet jetzt zeigen wir euch noch was ganz lustiges wenn man denkt hey da oben ist bogenschütze und sohn und er ist voller penner dann könnt ihr sowas machen er nimmt mal auf voller penner und er ist tot weil er gefallen ist so und ich kämpfe jetzt ich zeige euch mal wie man jetzt richtig mit einem bogen kämpft also die meisten benutzen warte leider anfallen gelassen kann ich mal aufnehmen das ist kaputt dieser kaputt ja und falls ihr den basen sind nur für blumengut ihr seht ihr das gegenteil also mädchen oder frauen ihr könnt dafür die für blumen nehmen wir männer machen so und ich glaube ich hier war das schon jetzt wird's lustig moment moment jetzt noch ein gegner auch ich wurde nicht getroffen ja du brauchst wieder deinen größenknüppel ja ich habe nicht so einen kleinen zauberstab wieso ich kämpfe nur mit großen geräten so ich habe jetzt einen stoffel leute das war jetzt gerade zweideutig aber wir nehmen halt die nicht bettbezogene deutung deutung genau falls ihr es anders findet abonnieren und kommentieren und daumen hoch oh nein wir kommen hier nicht rein oh entschuldigung oh sorry falls du krass sterb sterb du sollst nicht aufstehen warte ich will den morgenstern haben also ich check immer noch nicht warum das jemand mal zu stein werden anscheinend ist das alte leder schon so alt das ist sehr schön ja ja komm jetzt machen wir eine trittparty ja ne trittparty gut ich bin dabei also leute wenn ihr mal ne trittpartie beitreten wollt kommt hier mit lang immer schön ins gesicht vor allem ein tipp von mir ähm hier könnt ihr gut den titel kriegen mit hier von wegen spinnen mit bomben wegbomben ich hab profi kicker erhalten ich auch gerade gelernt moment da kommt nein kommt nicht noch mehr so mit steigung weiter hoch ja das macht man mit e dann kann man hier auch da kann man hier auch prima die leute ärgern ne lass mal du 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 sind zu zweit scheiß egal lalalala ein beng 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 und kick das nehme ich meine combo oh kick kick schad kann man keinen schwimm kick machen was wir alles kommt bestimmt irgendwann noch jo joa mach mal ich hole hier den krug ja nett wenn du mir das tolle lichtlein hier lassen würdest zu spät oder lebt sie noch? ne oh schade verwählt fail ja jetzt lass doch die Säule in Ruhe Mensch ich wurde getroffen ich trinke erstmal ein mein Zeugs ja dieses rote Zeug was HP heilt oh Ich bin hier mit nem Bogen, der nervt immer Und tschüss, mein Freund Nochmal hier zur Erinnerung 1.83, unser Channel Oh Gott, ich bin den ganzen Tag zuschauen Ja, finde ich auch Ähm, ja, was sonst noch? Genau, ich dachte, ich muss hier nichts reden Scheiße, nur labern, ey Goldlehne Schlecht wär gewesen, wenn's jetzt beim Hier Gold, bei diesem Pida abgeklackt wär, beim Boss Den hatte ich nämlich gestern gehabt Da wurden wir alle vom Channel rausgeschmissen Nicht schön Jaja, wir waren mit, ich glaub 4 Leuten da, im Raid gewesen Und auf einmal Alle kommen rein Overlag gewesen, alle in Channel 1 Ja Das war heftig, ey Friss mein Kürbis Ja, manche Titel kann man übrigens auch erst kriegen Warte mal eben, apropos Titel Bevor du startest Ja Schau mal wie ich die werf Guck mal Ich werf die auch nicht zu Ja, siehste? Eben, du werfst sie gerade und ich Naja, wie sagst, wir starten hier mal wieder Ich, ich werd Hausmeister Guck Ich werd Hausmeister Oh, jetzt ist er kaputt Ja, ich versteck mich hinter der Kiste, weil ich so schüchtern bin Und ich kuschel mit Fisch Und ich kuschel mit Fisch Auf jeden Fall, wenn da hin gehst Von dem Ding am Rand, ey Ja Meine Nagelkeule ist geiler, ey Jetzt hier, pass auf Jetzt hab ich einen Morgenstern Jetzt ist eh Ende im Gelände Ich frage mich, ob's So was wie Stachelschuhe gibt Oh Ich hab nen Hit abgekommen Oh, mein Mana-Schalte hat's absolviert So, und ähm, diese Lebenskristalle und so weiter Also diese blauen hier Komm mal kurz her, zeig dir den mal Die ist eben nur für dich Nein, nicht immer für mich Ähm, die können immer nur bestimmt halt eine Person Nehmen So, und jetzt kannst du halt nochmal zeigen Hier, wenn du willst, kannst du diesmal kaputt machen Genau, warte, warte, warte Wir machen das mit Style Zick, zack, zuck Und... Ne, dazu kommt's nicht getroppt Oh, da hat ein Bogen weggebrochen So, ich guck mal, ob hier wieder das tolle Ding kommt Hier, hallo Ja, da gibt's auch irgendwie einen Titel Manche Titel kann man auch nur kriegen Wenn man ne Quest dafür hat Zum Beispiel Für irgendein Skill So, ja... Kritischer Treffer oder so, was der Typ hier nachher kriegen kann Und ich hatte fast wieder einen DC Hm Hoffen wir's mal nicht Aha Deine ist länger, meine ist dicke Da liegt was Da liegt was Ah, hier die Geld Ah, ich bin reich, ich hab's ein Gold erhalten Guck mal, was was geil ist, guck mal hier Hey, du hast... Du hast geblockt Ja, komm, sonst ist doch easy mode Oh Oh Schlamm Guck mal, die brauchen zu lange, bis sie uns schlagen, Mann Ach, übrigens, ich weiß jetzt immer Warum ich DCs kriege im Moment Ah ja, dann erzähl das mal Und zwar bei uns in der Nähe wird an einer Straße gearbeitet Und... Ja, es ist zwei Straßen weiter und... Die haben halt... Letzt auch ne Leitung durchs Sebel Nein Ich kann's mir vorstellen Die Leute stehen am Fenster Hör mal auf die Arbeit, ich mach hier ein Let's Play Tutorial How to, how to, ähm, hier, ja... Leute mit hier Arbeit ärgern Ja Übrigens Leute, wir arbeiten auch Wir gehen nicht mehr zur Schule Wir haben ein Nettoeinkommen von 10 Millionen Euro monatlich Mindestens Und... Und durch die Let's Plays Machen wir nochmal... 50 Millionen Verlust Im Monat Ja, mindestens Also Leute Also Leute, ihr seid uns 40 Millionen Euro wert Sag mal, leg ich hier grad durch die Kugel? Nee Du bist... Schmeidig, schmeidig, schmeidig Komm, mach mal ein paar Säulen kaputt hin Warum? Ja, weil das hier so schön geht Krüge, 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 meine Krüge Doch Ich dachte immer das geht, ja Was? Die sollen kaputt machen Ja, du kannst sie ich nicht, troll Natürlich, du musst warten bis die... Da splittert doch immer was ab Ach, Alter Übrigens, man kann auch... Mir ist letztes... Ich bin letztes gestorben von so'n Scheißding, ne? Genau Ja, toll So'n toller Feind hat natürlich wieder diese tolle Falle hier ausgelöst Ah, hier, guck Warte, warte, warte Das kannst du jetzt... Wenn was hier liegt Ja, das kann ich Ich hab's gesehen So, hier Und das macht man ganz einfach Magisches Pulver Ich hättest ihn auch nehmen können und dann reinlaufen Das wär ja viel zu hart Ui, ui, jetzt dreht er aber ab Jetzt geht's los Jetzt geht's los Jetzt geht's los, juck Ey, hinter dir lebt noch einer Komm, kannst du jetzt schlagen Warte, lass mich ihn abwerfen Falcooonn Falcooonn PUNCH PUNCH